läuft sehr schön ich muss mich kurz mal ein bisschen aufsetzen sehr gut so ich werde immer zwischendurch jetzt noch einsammeln was hauptsächlich hier am fluss direkt dran kommt also ich werde gar nicht mehr mit den haken arbeiten weil das fluss wird ja langsam größer dank nur zu fass arbeit und dementsprechend brauche ich den haken jetzt nicht oder ist eine halbe rette uns ich glaube es auf k oder was ich bin mit afk er hat sich bewegt ich muss hier auch ein bisschen was machen er muss so extra ich habe jetzt nur ganz kurz auftaucht also langsam bräuchte ich was zu wissen naja dann der nächste fisch der da gerade kocht ist seiner ich brauchst noch ein wasser eine eine wasserstation eine kochstation dann sollte das reichen für zwei personen wirst du einmal wasser und einmal sind genau für zwei personen sollte dazu je nühe sollen noch mal geschnitzt noch ein hammer weil die benötigt ja aber eine 2 naja vielleicht hast du dacht du machst in der anderen haben wir und auf der anderen seite haben wir und dann wird läuft so rum wie ein bar war kann ja auch sein ja ja weißt du entdecke die möglichkeiten so wie sieht es mit essen aus hast du den fisch abgeholt jetzt ja gut dann kann ich nämlich einen neuen rauf packen oder ist so groß der fisch ich habe einen riesen fisch sogar kommt erst mal hier weg von mir auch mal da weg das sind die ganzen fische hier so ein bisschen ordnung schaffen hier die planke ist so weit weg passt schon morti der barbar genau morti der zerstörer so lecker wie lange habt ihr benötigt bis ihr im letzten spiel die bohrinsel gefunden habt drei drei was drei tage ja aber viele stunden würde er meinen jetzt muss ich gerade überlegen wir haben immer mal wenn man das hier streamt 20 stunden 20 stunden waren das sagen wir sagen wir so zehn stunden sind insgesamt ok wobei wir haben uns auch sehr viel zeit gelassen damit da muss man auch sagen also wir haben eine riesengroße plattform gebaut und haben uns nicht mehr eingehend damit beschäftigt erst aber ich denke mal wenn man da nicht so lange rum lümmelt wie wir heute rumgelümmelt haben sollte das definitiv schneller erreichbar sein wo ich brauche noch seile also wenn du drei seile hättest wäre ich dir sehr verbunden eins eins ein seil ist nicht gerade viel seil naja ja ich brauche seile ja 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 du verbaust gerade die seile neun stimmt ne ach ne stimmt ne quatsch weil ich sage brauchst du noch plastik und äh hi hey brauchst du noch plastik und holz und wart seile wartet ja in der anderen version ich hasse es was hast du ich hasse es wenn das spiel so verpackt ist wie back schul ist ein bisschen kunststoff öh ja kunststoff habe ich hier da viel spaß hast du seile hehehehe hehehehe eins ein bisschen mehr braucht noch zwei seile werden noch schick bringt ja so viel was wir sind wieder angeltechnisch unterwegs so da kommen die menge fässer jetzt bald an wie aussieht klingt nicht schlecht war ich brauche seile exos und seine seilschaft aber läuft bis jetzt halten wir uns am leben haben verpflegung los wird langsam größer ich würde sagen diesmal über drei mal nicht so hart war oder 40 sein wird sich zeigen schauen wir mal ja du wirst schon machen oder so schön das fass Krieg auch nicht Aber die Oh ne, komm Was los Ich hab fast so gelöst Das ist ganz schön am haken Ja natürlich Ah, fleißig fleißig der Junge So, noch zweimal aus rum und dann Und dann hast du ja Dann fangen wir mit was anderen an Ui, da bin ich gespannt Und ich brauche wieder eine Angelrute Und diesmal habe ich sogar das Material gehabt Das ist schon mal ganz gut, dass das Material dabei war Sehr gut Hm Ich höre ein Hai, Hilfe Da ist Esa auch Hallo Hörmann Okay Böse, hai Hey Und nochmal Kunststoff Ein Fischi Dann soll ich mal langsam wieder mal ein Fischi essen So Einmal das an Äh, dann sollten wir eh mal Dette machen Auf jeden Fall Hast du schon aufgefüllt Ah, hast du schon aufgefüllt Ja, eine zweite Kochstation für Wasser brauchen wir auf jeden Fall War so langsam Ja Ja, wir haben einen Becherback gerade rum Einen Becherback drum Ja Das ja, das Das Spiel ist, und nennt man ansatzweise Was tauglich Naja, die grundlegende Sache Backen rum, das geht nicht Okay Okay, also Becherback habe ich noch nicht gehabt Glücklicherweise Was ich mal hatte, dass ich mich irgendwie feststecke manchmal Roher Wels Hm, Wels Der wälzt sich rum Deshalb heißt der Wels, weißt du Oh, der Wels ist zu groß Auch dafür Fangen wir den erstmal da hinten rein In mein Inventor ist Probier mal jetzt noch mit dem Wasser aus, vielleicht kriegst du das jetzt hin Ich spinne schon Ach, hast du schon Ja Hm, eine Seebrasse Lecker, 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 lecker Jetzt weiß ich, warum du so gerne kochst Da gibt es immer so leckere Sachen dabei Mann, 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 Mann Nee, ich baue lieber Hehehe Oh, schon wieder falle ich ins Wasser Wünsch Die Dame ist ganz schön wässrig Und damit ist die Angelroute wieder im Aar Wahrscheinlich ist das genügend Fisch Wollen wir mal gucken Und eine neue Angelroute Aber Fisch läuft Das ist soweit schick Aua Aua So Na, wir haben bald wieder Nacht Die Sonne geht unter, hey Was für ein Anblick, wa Ja, wie gesagt, mit Waterworld war ich echt am Anfang der ganzen Session überhaupt nicht falsch Wenn man das so sieht, weil es ist schon echt geil Was ich mir so manchmal denke und was wirklich dann auch hinhaut, wa Gähme Wow S5 Gähme Lied Dude Wer forscht denn eigentlich und ist Exo dann der Schmelzer? Also folgendermaßen, der Luzi macht im Prinzip jetzt das alles, was ich vorher gemacht habe und ich mache die ganze Esserei. Okay, das heißt also, ja er müsste auch forschen und er müsste natürlich auch das Segel setzen und steuern. Dann wird er nämlich sehen, was für einen Stress ich eigentlich hatte. Von daher ist das gerade hier mit den Angeln echt bequem, muss ich sagen. Aber ich denke mal, wenn ich mit den Angeln so powermäßig hinterherkomme mit dem ganzen anderen Zeug, ich werde dann auch die Agrarwirtschaft machen, weil wir jetzt gerade kein Hutze haben. Mal gucken, wie sich das gestaltet. Mehr als vier Plots machst du nicht hin. Du baust, ich baue die nicht hin. Das ist dein Job. Ja, das will ich schon noch vier Plots und wenn du dich beschwerst, dann geh ich zum Hai und kuschel. Beschweren tue ich mir sowieso, weißt du doch. Ja, dann ab runter zum Hai. Ich war heute schon ein paar Mal im Wasser. Was natürlich völlig fatal ist, war so, als Gamer darf ich ja gar nicht ins Wasser, weißt du, ich musste mal Pizza essen, darf mich kaum waschen und so weiter und so fort, weißt du doch. Das ist dein Problem. Ja, ja, ich weiß. Ja. Ja. Ach, der Mond. Der Mond ist aufgegangen. Und das sieht besser aus als der Mond in Minecraft. So, wir brauchen wieder ganze Menge Seilschaften. Oh, ich könnte meinen Nachbar wieder an der Wand nageln. Der raucht wieder sein Zeug. Das stinkt wie die Hölle. Das ist Wahnsinn. Ey, man kann im Sommer einfach hier kein Fenster aufhaben, weil der denkt, der ist alleine auf der Welt und muss sein scheiß Zeug da rauchen, ey. Boah, ihr kriegst ja Kopfschmerzen von ihm. Wunsch doch in der Hauptstadt. Dann besagen doch mal was Gescheites. Wieso soll ich da besorgen? Er raucht doch. Der hat dann nicht so einen Stank. Naja. Der hat auch nicht so einen Stank, wenn er aufhören würde damit. Weil man jetzt nicht rassistisch. Hä, was hat das mit rassistisch zu tun? Okay, du hast es nicht verstanden. Nö, das habe ich jetzt nicht verstanden. Gut. Hast du Seile? Viel interessanteres Thema gerade. Oh, ich steck gleich in den Schuss. Ja, sechs Stück hier, bitte. Oh, das hört sich super an. Danke. So, damit kann ich wieder eine neue Angel bauen. Wir sind wieder Fishing Away. Yeah. Eigentlich weißt du, was die hier hätten machen müssen als Gimmick-Item? Hm? Ein Football. Hm. Und for what? Nee, ein Baseball war der, glaube ich. War der Baseball oder Football? For what? Aus dem Film Cast Away. Wo der seinen Ball als Person hatte. Auf der Insel da. Weißt du, was ich meine? Die Sene Film da. Aus den 90er Jahre. Keine Ahnung. Ich überlege gerade, wie hieß denn der, ey? Ich hieß jetzt, äh, 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 Entschuldigung, war der zufälligerweise mit meinem Gipsen. Also nach Schauspieler darfst du mir sowieso nicht fahren, das funktioniert bei mir nicht. Der war auf so einer einsamen Insel und war eigentlich Paketzusteller. Aber da hat sie standen aus Plastik und irgendwas so eine Puppe gepasst. Nee, nee, ein Ball war das nur. Da war irgendein Ball. Aber ich weiß nicht genau, was für ein Ball. Der Rest hat er dann noch, äh, äh, gemacht. Ja, ja. Aber wie, dafür, nee, ist keine Ahnung. Müsste Cast Away gewesen sein. Aber wie, weißt du, was für ein Ball das war genau und, äh, wie der den genannt hatte? Alter, das ist am frühen Morgen. Ja, ich bin froh, dass ich überhaupt irgendwie, äh, denken kann. Ja. Der frucht mich nach einem Film, äh, wo, äh, wo, äh, 15. Jahrhundert schon ist. 15. Jahrhundert, okay. Wir haben See, Jan. Wow. Also, also, wenn du dich jetzt übergeben musst, dann liegt das, äh, an den Wellen. Ja, was ist mit der Fische? Laufen. Essen. Was ist mit Essen? Fisch ist drauf. Fisch ist kein Fisch. Ich habe eine Krummbeere gefangen. Das ist schön, dass du dich verraschst. Ja. Sehr erotisch. Eine Krummbeere ist erotisch. Oh, jetzt kommt die Sonne. Oh, guckt mal, ich habe das Farbspiel an. Das ist ja Hammer, ja? Tolle Knolle. Oh, ja. Irgendwo ist hier ein Hai. Hallo, Herman. Hallo. Oh, man, der Hammerhai. Hast du Fische gegessen? Gut. Das war kein Fisch. Was war denn dann? Eine Rübe. Scheiße, ich habe eine Rübe zerkrocht. Mist. Gar nicht mitbekommen, dass ich eine Rübe hatte. Wo ist denn da wieder eine Rübe drauf? Weil ich eine draufgesetzt habe. Ja, bitte Rüben aufheben, damit ich sie, äh, nachher farmen kann. Äh, ja. Das ist, äh, dass ich regelmäßig Rüben kriege. Sammle ich hier, Afinx. Ja, ich bin jetzt halt am Angeln. Apropos Angeln. Ich brauche Seile und, äh, mal eine Farmkiste langsam. Eine zweite Wasserstation und eine zweite Feuerstation. Ja, schön, dass du das alles brauchst. Ich brauche auch so einiges. Jetzt weißt du, wie es mir ging, als ich die ganze Zeit gebaut habe. Ich brauche die Funkstation. Ich brauche drei, äh, drei Antennen. Eine Batterie. Eine Batterie. Reicht ja. Mal fertig. Jo. Man müsste mal gucken, äh, wie schnell man das durchspielen kann. Wenn man ja, weiß ja, wie es geht, hm? Wie schnell kann man es? Ja, was, Mensch, was ich hier mache? Mensch, ich, äh, ich mache hier, äh, Singverein oder was? Weiß nicht. So, lecker Zeug. Was ist denn? Soll ich dir Plastik geben? Ja, wäre aber nicht schlecht. Hier, ein Steak, noch ein Steak. Willst du das nicht nehmen? Nein, das ist nicht. Die andere Kiste ist gerade weggeschwommen. Äh, äh. Red dich mal um. Was? Schmeiß nicht dir Plastik hin. Hier. Oh, ich esse eigentlich eine rohe Rübe. Das ist geil. Ach, nein. Doch. Ah, Mist. Was denn? Dann los. Was? Oh, Mann. Oh, Mann. noch gesagt warum fehlt mir immer noch plastik weil du so viel verbaust es verbraucht sich halt ganz normale wahnsinn das weiß wie es mir immer ganze zeit ging mit dem blöden plastik deshalb immer sagt leute schmeißt mal mehr plastik ins meer weißt du darauf war der spruch doch gemünzt fertig was hat die plattform ja okay gut 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 ja wie gesagt dann brauchen wir ja die ganzen support gericht schichten jetzt sprich zweite station zweite wasserstation und den forschungstisch bräuchten war dann die farmerama geschichten kunststoff und holz fisch wird er auf der knall i am so hungry Gerade ist das Meer so ruhig und beruhigend. Auch ich fühle mich gerade so richtig in Anglerlaune. Dazu muss man wissen, dass ich früher wirklich mal real life geangelt habe. Lange ist es her. Er ist wirklich schon sehr...